Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, bin hier am Kosmos-Stand auf der Spielwarenmesse. Sandra Balser von Kosmos erzählt mir jetzt ein paar neue Roboter-Bausätze. Das ist jetzt hier Boxingbots, heißt das. Das ist ein Bausatz, bei dem man hier aus vielen, vielen Seilen dann diesen Boxroboter bauen muss. Beziehungsweise beide Boxroboter, genau. Im Vordergrund steht natürlich, den Boxroboter oder die Boxroboter zusammenzubauen, um dann im Endeffekt auch mit ihnen spielen zu können. Die werden hydraulisch geführt, nämlich einmal unsere Boxarme, als auch die Bewegung bzw. das Ausweichen des Boxkörpers. Das heißt also, man muss hier Wasser einführen? Genau, man füllt hier Wasser ein und durch den Druck des Wassers quasi bewegen sich dann die Fäuste, die wir dann natürlich fliegen lassen. Und das Drehen, das Schwenken ist dann auch hier mit dem einen, mit der einen Pumpe dann quasi. Und dann über den Schlauch und dann über Unterdruck, dass das dann hier eben in die beiden Richtungen schwingt. Und das Spiel dann, die Idee des Spiels? Die Idee des Spiels ist quasi, einen kleinen Boxfight auszutragen und seinem Gegenüber sozusagen eins auf die Nuss zu geben. PANG! Und oh, und beide gleichzeitig ausgenockt. Sehr gut. Das heißt also, wenn dann der Kopf nach hinten geschlagen wird? Genau, dann geht es ab in die nächste Runde. Dann haben wir ähnlich wie bei einem Tischkicker, können wir hier quasi unseren Punktestand eintragen. Das heißt, das ist auch dann mit im Lieferumfang dabei? Jawohl. Dass man dann so wie beim Kicker einfach mehrere Runden spielt? Genau, so ist es. Und das ist wahrscheinlich dann auch entsprechend robust? Das, genau, das ist alles. Und das sind ja jede Menge Teile, die man hier sieht. Wie viele? Na ja, ich zähle es jetzt nicht. Kann jeder machen, der sich ein Standbild macht und mal nachzählen will. Und da braucht man Klebstoff dafür? Oder wie werden die? Die werden zusammengesteckt. Einfach stecken. Das Ganze heißt Boxing Bots. Und das ist jetzt hier auch schon bald lieferbar. Das ist ab Februar soll das in den Handel kommen. Genau. Dann haben Sie noch zwei weitere Baukästen für Roboter, die auch hier zu sehen sind. Dann haben wir hier, die heißen Solarbots. Das ist auch wieder aus vielen, vielen Einzelteilen. Und ich habe das letztes Jahr schon auf der Spielbaumesse gehört. Es ist immer ein schönes Erklärbuch dabei, bei dem man dann spielerisch auch Szenen, eine Geschichte erzählt bekommt, wie das hier zustande kommt und dann auch schrittweise erklärt bekommt, wie man dann dieses Gefährt aufbaut. Und dieser Roboter hier, das ist jetzt hier ein Fahrroboter oder was läuft da jetzt? Das ist ein, das genau, das ist ein Fahrroboter. Also im Prinzip, der, ja, sich einfach auf Rädern vorwärts bewegt. Wir haben ja unterschiedliche Module. Das ist, wie gesagt, der jetzt mit der Fahrroboter. Genau. Den machen wir jetzt einfach mal an. Wir versuchen ihn mal fahren zu lassen. Mittels einer, jawohl, das klappt richtig gut. Und dann kann ich diese Antriebseinheit abnehmen. Ja. Der Oberkörper sozusagen des Spots wird einfach abgezogen. Also er ist einfach nur eingehebelt. Jawohl. Und man setzt den dann einfach auf einen anderen drauf. Und das ist jetzt ein Drehmodul? Der, genau, der dreht sich selber quasi um die eigene Achse. Ah ja. Dann dreht sich hier der Rotor. Das braucht wahrscheinlich eine etwas stärkere Taschen, damit das dann wirklich funktioniert. Genau, beziehungsweise ist es nicht dem Sonnenlicht gleichzusetzen. Genau, das natürlich um einiges stärker ist. Und dann haben wir hier noch einen Laufroboter, der auf sechs Beinen dann hin und her laufen kann. Da wird das auch aufgesetzt, das Modul. Und dann, das ist hier noch eine Laufente oder sowas ähnliches. Genau, die watschelt dann so. Gut, das war der zweite Bausatz, der auch jetzt im Februar ist. Und das letzte ist dann was, was ein bisschen später ist. Der kommt erst im Mai. Genau, der kommt erst im Mai. Und das dritte ist jetzt dann das Flip-Monster. Genau, der Überschlag-Roboter. Überschlag, das kann ich mir jetzt irgendwie gar nicht so recht vorstellen. Ich weiß jetzt hier, die Teile, das ist deutlich weniger. Das ist also schneller zusammengebaut. Wenn man wenig Geduld hat, so wie ich, dann wäre das vielleicht genau das Richtige. Und der wird dann elektrisch angetrieben. Der hat einen Motor drin. Der hat einen Motor drin, genau. Und was ist jetzt das Flip dann in dem Fall? Genau. Ach, rein die Schwerkraft. Der schwingt sich sozusagen, genau, um die eigene Achse durch die Schwerkraft des Kopfes und kann dann damit Hindernisse überwinden. Ja, raffinierte Idee. Macht auch Spaß zuzuschauen. Ja. Und es ist auch schön, wenn man sowas dann selber baut. Und das alles ist so für Kinder ab acht Jahre ungefähr so ausgelegt. Acht bis zehn, schätze ich. Ja, genau. Gut, dann bedanke ich mich bei der Sandra Balser hier für die Erklärungen dieser Experimentierbaukästen von Cosmos. Und das war's von der Spielwarenmessie. Ich sage Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Fernsteiner